Vielen Dank. Vielen Dank an Christoph auch für den vorhergehenden Vortrag. Da kann man einiges von berücksichtigen. Bei mir geht es um OpenStreetMap-Karten, insbesondere für die Anwendung in der Schule, im Schulunterricht. Wir kennen das aus der eigenen Schullaufbahn. Im Geografie- oder Geschichtsunterricht hängen dann großformatige Karten an der Wand oder an der Tafel. Und daran macht man Übungen oder Inhalte werden vermittelt. Wie bin ich jetzt zu dem Thema gekommen? Zur Schule gehe ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich gehe öfters zu Konferenzen und Kongressen. Und da beschäftige ich mich mit Großformat-Druck von Karten. Also A0 und größer oder auch manchmal ein bisschen kleiner. Und da wurde ich öfters angesprochen, ob es denn auch möglich ist, Landkarten oder überhaupt Karten-Großformat-Druck für die Nutzung in der Schule oder im Unterricht zu erstellen. Natürlich habe ich gesagt, klar, das geht. Mit OpenStreetMap haben wir auch viele freie Geodaten. Es gibt auch noch andere freie Datenquellen. Und dann habe ich mich dran gesetzt und aus meiner Arbeit, die sich über etliche Monate hingezogen hat, weil das alles immer nebenbei passiert, ist dann auch dieser Vortrag entstanden. So richtig zufrieden war ich nämlich nicht mit dem Fortschritt. Und woran das gelegen hat, das soll nun auch Inhalt dieses Vortrags sein. Der Vortrag ist relativ übersichtlich. Ich habe vier Punkte zusammengefasst, die den Weg beschreiben, um so eine Karte zu erstellen. Und auf die werde ich im Einzelnen eingehen. Es geht einmal, wo kommen die Daten her, was für Daten benutzt man, kann man darauf zugreifen, was mache ich dann mit den Daten, muss ich mit den Daten noch was machen, muss ich die vielleicht generalisieren oder anderweitig aufbereiten. Wenn die Daten in einem korrekten Format vorliegen, muss ich mir überlegen, wie rendere ich die Karten, also wie werden zum Beispiel Straßen oder Grenzlinien in der Karte dargestellt. Und wenn das passiert ist, dann geht es zum Kartendruck. Da holt man sich einen Drucker oder geht zur Druckerei und druckt es aus und dann hat man die Karte. So einfach ist das in der Theorie. Und es fängt aber schon an bei den Datenquellen. OpenStreetMap, ja, jeder kennt OpenStreetMap wahrscheinlich hier. Kennt jemand nicht OpenStreetMap? Okay, so viele. Bei OpenStreetMap werden Geodaten gesammelt. Alles, was man draußen begehen kann, wo man mit einem GPS-Gerät hingehen kann oder was man auf einem Satellitenbild ablesen kann, wird da eingetragen. Aber es werden zum Beispiel keine historischen Daten eingetragen. OpenStreetMap hat zwar selber eine Historie, aber deshalb nur die Bearbeitungshistorie. Wir finden jetzt keine Grenzen von vor 100 Jahren in OpenStreetMap oder keine Städte, die es mal gegeben hat. Die werden halt nicht eingetragen. Das ist schon mal ein großes Manko. Wenn man historische Karten machen möchte, da fällt OpenStreetMap als Quelle schon mal weg. Es gibt aber noch andere Datenquellen. Ich habe mal OpenData-Sternchen dran geschrieben. Das Sternchen, hier gibt es keine Fußnote, sondern soll verdeutlichen, dass es halt ein Platzhalter ist. Es gibt gerade in letzter Zeit viele Bewegungen zum Thema OpenData, wo Behörden oder der Bund Geodaten freistellt, die dann auch individuell weiter benutzt werden können. Wikipedia ist auch eine gute Quelle. Da werden viele Informationen gesammelt. Und das sind hauptsächlich dann Fakten oder statistische Daten, die man sammelt. Für Karten, wie wir es eben auch in dem letzten Beispiel gesehen haben, bei dem Generalisierungsvortrag, sind auch Höhendaten interessant, um Reliefs und Schummerungen zu berechnen, um die Karten optisch entsprechend aufzubereiten und auch wichtige Informationen einzubauen. Es ist ja interessant, wo eine Steigung ist oder wie groß die Höhenunterschiede sind in bestimmten Gebieten. Und da gibt es auch freie Daten. Ich arbeite hauptsächlich mit den SRTM-Daten. Das war mal eine Shuttle-Mission, die die Erde umflogen hat und daraus wurde dann ein Höhenmodell berechnet. Das hat aber auch Lücken und Fehler. Und es gibt im Moment keinen weltweiten Datensatz von Höhen-Daten unter freier Lizenz. Wir haben also schon mal viele Probleme, wenn es darum geht, die Daten zu sammeln, um Schulkarten zu machen. Ich stelle mir historische Karten vor oder geografische Karten, die administrative Grenzen zeigen oder politische Situationen darstellen. Ganz aktuell haben wir ja auf der Krim ein Thema, was natürlich sich irgendwann auch in der Karte widerspiegeln wird. Und es kommt immer wieder vor, dass sich auch Grenzen verändern. Und bei OpenStreetMap hat man den Vorteil, dass man da immer aktuelle Daten hat. Aber der Nachteil ist, man weiß oder es gibt keinen Siegel oder niemand sagt, das ist jetzt wirklich korrekt. Man kann nachgucken, wann das letzte Mal bearbeitet wurde. Man kann auch rauskriegen, wer das bearbeitet hat. Aber es sind halt auch keine offiziellen Daten. Man muss selber mit eigenem Wissen rangehen und entscheiden, nehme ich die Daten, spiegeln die Daten die Aussage wieder, die ich jetzt mit der Karte treffen möchte. Also wenn es schon mal ums Datensammeln geht, da kann man sehr viel Zeit investieren. Und es ist auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Und es kann durchaus sein, dass man einige Daten nicht zusammenbekommt. Ich rede jetzt hauptsächlich von freien Daten. Es gibt kommerzielle Datenquellen, wo man Leute für bezahlt, bestimmte Datensätze zusammenzustellen. Da sieht es vielleicht anders aus, aber darum habe ich mich gar nicht weiter gekümmert. Nehmen wir an, wir haben alle Daten zusammen, die wir brauchen für unsere Kartenerzeugung. Dann stehen wir vor einem Haufen weiterer Probleme. Generalisierung. Der vorhergehende Vortrag hat es deutlich gemacht, dass man auch da viel Zeit investieren kann, um die Daten entsprechend aufzubereiten und für verschiedene Maßstäbe die Aufbereitung machen kann. Was für einen Kartenausschnitt benutzt man? Oftmals hatte ich das Szenario, ich sollte eine Deutschlandkarte machen und habe mir einen Ausschnitt besorgt von den OpenStreetMap-Daten. Da war auch komplett Deutschland drinne. Aber der Bodensee zum Beispiel, der ist nur nicht vollständig in Deutschland oder auch nicht vollständig in den Nachbarländern, sondern der wird halt geteilt. Und je nachdem, wie man den Ausschnitt macht, hat man das Gewässer, Bodensee, oder es sind ja drei Gewässer, entweder in der Karte drinne oder nicht drinne. Und das sieht dann sehr ungewöhnlich aus, wenn man Deutschland dann hat und unten fehlt dann genau das Gewässer. Warum fehlt das eigentlich? Oder es guckt halt unten noch mit raus. Es ist ein bisschen komisch, man hat die Deutschlandgrenze und unten hängt dann noch so ein blauer Lappen dran. Auch da braucht man viel Arbeit, um die Daten zu kontrollieren. Was hat man eigentlich für Daten? Und da gibt es auch keinen Automatismus. Das müssen halt Menschen entscheiden, ist der Datensatz jetzt geeignet? Vereinheitlichung von Daten ist ein Thema, wenn man insbesondere unterschiedliche Datenquellen miteinander verknüpfen möchte. Aber auch, wenn man schon allein OpenStreetMap-Daten nimmt, kann man da einiges vereinheitlichen. OpenStreetMap sind weltweite Daten mit vielen Leuten, die unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie Daten erfasst werden. Es gibt die Tags in OpenStreetMap und nach einer Weile spielt sich da so ein gemeinsamer Nenner ein, was jetzt gut geeignet ist, wie man Objekte beschreibt. Aber regional kann es da auch Unterschiede geben in der Bezeichnung. Und da muss man auch schauen, dass man dort die Daten inhaltlich vereinheitlicht, um dann später das Rendering gewährleisten zu können. Die Geometrie an sich, also das geometrische Objekt, mit dem man denn arbeitet, also alle Straßenzüge, Länder, Gewässer, Gebäude, die können auch fehlerhaft sein oder durch das Vorprozessieren können Fehler entstehen. Wenn zum Beispiel ein Polygon nicht geschlossen ist, kann es sein, dass der Renderer das nicht darstellt. und da ist man auch gut beraten, im Vorfeld zu prüfen, ob die Geometrien korrekt sind. Es gibt auch Fälle, wo Geometrien einfach mal zu groß sind für bestimmte Software. Ich hatte neulich den Fall, dass ich eine Karte erzeugt habe und mir mein Log-File hat dann ausgegeben, für ein bestimmtes Objekt hat der Rechner über eine Stunde gebraucht, um das zu verarbeiten. Das habe ich mir dann mal angeschaut und es war dann ein Multipolygon, was als Wald getaggt war. Das war einfach mal so riesig, dass das eine ganze Zeit gedauert hat, alleine das eine Objekt zu verarbeiten. Also die Geometrien, die muss man auch vielleicht korrigieren oder anpassen oder zusammenfügen. Oh, und der letzte Punkt, der ist einfach nur doppelt. Bisschen Redundanz ist auch gut. Ausschnitt und Ausschnitte, okay. Hier sitzt man auch schon eine ganze Weile, wenn man dann die Daten hat und die Schritte durchgeht, um zu prüfen, ist es geeignet für das Rendering. Das Rendering selber, also die Anwendung von einem Kartenstil auf die Daten, um eine Karte zu erzeugen, das ist vielleicht kompliziert, aber man kann sich da ganz gut einarbeiten und da kann auch, der eigentliche Rendervorgang kann automatisiert werden. Was nicht automatisiert werden kann, ist die Erarbeitung von einem Kartenstil. Wenn man eine Karte erstellt, muss man viele Sachen berücksichtigen. Es kommt auf die Farbgebung an, wie beschriftet man Karten, welche Objekte beschriftet man, wie groß ist die Beschriftung, was nimmt man für eine Schriftart, was nimmt man für eine Sprache, in welcher Sprache wird es beschriftet, was ist die Zielgruppe, die die Karte lesen soll. Es gibt auch noch so Dekorationen oder andere Hilfsmittel, um sich auf der Karte zu orientieren, wie Gradnetze oder unterschiedliche Projektionen. Da findet man allerdings relativ schnell eine Lösung. Auch die ganzen Kartenserver, die ich kenne, zum Beispiel MapServer, GeoServer, MapNIC, die können Gradnetze und unterschiedliche Projektionen darstellen. Bei der Beschriftung, bei der Sprache wird es wieder komplizierter, aber damit könnte man auch einen eigenen Vortrag noch füllen. Und was auch kein Problem ist, wenn man einen Kartenstil erarbeitet hat, dass man die Karten in einem Großformat ausdruckt. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, die kann ich nachher mal rumgeben. Oder ich weiß nicht, ob es praktisch ist. Oder wir legen es nachher aus und dann können Sie sich das hier vorne angucken. Die Größe ist eigentlich nur begrenzt durch die Rechnerressourcen, die man hat. Jetzt letztens habe ich zum Beispiel eine OpenStreetMap-Karte gerendert in einer Größe von 3,5 mal 4 Metern. Das war ein Stadtgebiet. Und das wurde mit 150 dpi gedruckt. Das war schon anspruchsvoll, aber durchaus machbar. Größer geht es auch noch. Dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Speicher. Aber ansonsten steht man da vor keinem Problem, dass die Ressourcen reichen in der Regel aus, um auch große Karten zu erzeugen. Die eigentliche Arbeit ist halt vorher beziehungsweise nachher. Hat man nämlich den Renderer konfiguriert, alles beschriftet, wie man es möchte, geht es um den eigentlichen Ausdruck. Weil in der Schule möchte man es an eine Wand hängen und dann kommen schon die nächsten Probleme. Der eigentliche Kartendruck. Eigentlich möchte ich mich mit Kartendruck, also ich persönlich, gar nicht beschäftigen, sondern mein Interessensgebiet hört eigentlich da auf, wenn die druckbare Datei oder die druckbare Datei erzeugt ist. Und drucken kann es jemand anders. Da gibt es Leute, die machen das professionell. Und da steht man auch schon vor den nächsten Fragen. Worauf möchte ich eigentlich drucken? Was soll die Karte sein? Möchte ich die Karte mit draußen in der Natur benutzen? Also soll sie wetterbeständig sein oder lichtbeständig? Soll sie transportabel sein? Möchte ich sie von einem Klassenraum zum anderen oder über mehrere Jahre benutzen? Wie stabil soll sie sein? Möchte ich sie aufhängen oder rollen? Das sind so Fragen, die dann die Druckerei stellt, die man dann beantworten muss. Sonst drucken die das halt nicht. Oder man kriegt es halt, weiß nicht, auf so einem dünnen Papier, wie ich es hier vorne habe. Und dafür ist es im Schulunterricht nicht geeignet. Und damit muss man sich beschäftigen. Das ist aber auch nicht der Hauptteil. Das kriegt man auch gelöst. Und die Druckereien beraten einen dann auch, wenn man entsprechend Geld bezahlt. Das ist vielleicht auch noch ein Kriterium. Im Schulunterricht oder die Schulen selber möchten vielleicht auch nicht viel Geld dafür ausgeben. Und da liegt es natürlich nahe. Also man denkt, OpenStreetMap sind freie Geodaten. Und daraus macht man eine Karte. Das ist relativ kostengünstig möglich. Aber der eigentliche Ausdruck, der ist nicht frei. Den muss man irgendwie machen. Also Tinte aufs Papier bringen. Und das kann relativ teuer sein, wenn man im Großformat was druckt. Es gibt Drucker, die können A0 und teilweise auch ein bisschen größer in einem Stück drucken. Die gibt es zu marktüblichen Preisen für jeden. Aber wenn es noch größer ist, dann braucht man Spezialdruckereien, die spezielle Maschinen haben. Oder man muss dann darauf setzen, sich Karten zusammenzustücken und dann irgendwie miteinander verbinden. Da gibt es auch Techniken, wie man das machen kann. Und das ist auch robust. Aber das erhöht natürlich die Kosten und den Aufwand. Es kommt auch auf die Auflage drauf an. Möchte man nur eine Karte haben, ist der pro Stück Preis wahrscheinlich extrem hoch. Und man wird es wahrscheinlich nicht machen, weil es sich nicht lohnt. Also wir sehen, wenn wir Karten machen wollen, ein Großformat an die Wand hängen, haben wir viele Probleme erst mal zu lösen. Und was kann man denn nun eigentlich machen? Ist OpenStreetMap grundsätzlich nicht geeignet, um solche Karten zu erstellen? Und da muss ich sagen, es kommt drauf an. OpenStreetMap ist geeignet, um Karten zu erstellen. Auch im Großformat. Diese Karten, die habe ich vorhin ausgedruckt. Das können wir drüben in dem anderen Gebäude machen, wo der Empfangstresen ist. Und die basieren alle auf OpenStreetMap-Daten. Und sind durchaus geeignet, um auch Inhalte zu vermitteln. Aber wenn man sich die Karten anschaut, auch im Schulunterricht, die an der Schulwand hängen, da merkt man, dass dann doch Kartografen da am Werk waren. Und die Karten eine ganz andere Qualität haben. Hier liegt also noch viel Arbeit drin in der Erarbeitung von geeigneten Karten. Kartenstilen, also wie die Karte wirklich gerendert wird. Und das ist im Moment auch so ein Problem bei OpenStreetMap. Alle Kartenstile sind für Online-Karten gemacht. Also interaktive Karten, die man im Browser oder auf mobilen Geräten bedient, wo man die Karte verschieben, rein- und rauszoomen kann. Da hat man ganz andere Anforderungen an die Bedienbarkeit und an den Kartenstil, als wenn man jetzt Karten in einem bestimmten Maßstab im Großformat macht. Und hier hat sich eigentlich noch nie jemand hingesetzt, an einem Kartenstil zu arbeiten und dort mal einen Prototypen oder eine Testkarte zu machen. Ich hatte angefangen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber ich bin kein Kartograf, ich bin Informatiker und Kartografie hat was mit Gestaltung zu tun und das ist halt eine ganz andere Welt. Aber ich kenne halt die Technik, wie man den Kartenstil dann umsetzen kann. Und das ist bei den meisten Kartografen, mit denen ich Kontakt hatte, war das halt nicht der Fall. Die kennen sich halt mit der Technik nicht aus. Die kennen keine Kartenserver oder wie man Geodaten aufbereitet. Und da wäre es halt die Aufgabe, die zwei Welten auf irgendeine Art und Weise zusammenzubringen. Da habe ich keine Lösung für, aber ich werde weiter auch mit Kartografen und Geografen reden und vielleicht findet sich irgendwann eine Lösung. Genau. Der Großformat, also ja, was ich während des Vortrags schon gesagt hatte, es ist ein hoher Aufwand bei der Datenvorbereitung, Datenaufbereitung und das muss man sehen, ob sich das lohnt. Oftmals lohnt es sich leider nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Was auch nicht möglich ist, ist eine Automatisierung. Wenn ich zum Beispiel mir jetzt eine politische Karte von Deutschland erstelle, habe ich immer den Anspruch, ich mache das einmal und dann kann ich das für andere Regionen auch mit weniger Aufwand wiederholen. Hier ist das jetzt nicht so, wenn ich eine Karte für Deutschland erstelle, kann ich nicht dieselben Prozesse nehmen oder dieselben Skripte nehmen, um eine politische Karte von USA oder einem beliebigen anderen Land zu erstellen. Also hier ist auch weiterhin manueller Aufwand notwendig. Und das, also was problemlos möglich ist, wenn die Vorbedingungen stimmen und man alle Daten zusammen hat, die gut aufbereitet hat, den Kartenstil erstellt hat, dann ist es möglich, einen Großformat zu erzeugen, Großformat Druck zu erzeugen und dann kann man das halt zu einem Drucker geben, eine Druckerei liefern, die das dann auch ausdrucken kann. Aber die eigentliche Arbeit steht am Anfang, das Sammeln der Daten und der Aufbereitung der Daten. Okay, Lars, ich glaube, damit haben wir das Thema rund gemacht. Der Falk, der hat schon gesagt, der hilft mir nämlich mal kurz, weil wir haben gedacht, wenn du schon dir die Mühe machst, die extra gedruckte Karten... Die sind halt so groß, das ist keine Postkarte. Aber wir wollen das ja auch für den Stream dokumentieren, dass die wirklich groß sind. Ja. Und zu zweit geht das einfach doch deutlich besser. Und ja, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Glaube ich. Also jeder Kartograf wird wahrscheinlich mit einer Strichliste anfangen und dann aufzählen, was... Wir lassen die hier liegen, Schrifte stehen bereit. Falsch ist. Ich habe hier im Blog irgendwas noch zusätzliches Papier. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, einfach erst mal Applaus für die Mühe. Applaus